Sie meinen es gut, Major Siebert. Sie auch, Boot. Herr Generaloberst, sind heute noch Oberbefehlshaber mit Befehlsgewalt. Aber nach Einreichung Ihres Abschiedes sind Herr Generaloberst ein Privatmann. Und alles ist vorbei. Wenn endlich Schluss gemacht würde mit der geheimen Reichssache, die Karten offen auf den Tisch gelegt würden, dann könnten die Generale mit kollektivem Rücktritt drohen. Und es wäre aus mit der Infamie. So beginnt ein Bürgerkrieg. Da ging es nicht darum, die Gestapo in der Prinz-Albrecht-Straße auszuheben, sondern zur Reichskanzlei zu marschieren. Bin ich der Mann dazu? Und ist unser heutiges Heer die alte Reichswehr? Anstatt 44 Generale damals, sind es heute 275. Die meisten von Ihnen würden nur finden, ich wolle mich vor dem Urteil eines ordnungsgemäß eingesetzten Kriegsgerichts drücken. Auch mir geht in den Nächten durch den Kopf, Gemeinheit mit Gewalt zu beantworten. Aber dass Deutsche auf Deutsche schießen, das will ich nicht auf meinem Gewissen haben. Ich habe noch nicht unterschrieben. Ich danke Ihnen, meine Herren. Ich danke Ihnen, meine Herren. Wir wiederholen folgenden Erlass des Führers und Reichskanzlers über die Führung der Wehrmacht. Berlin, 5. Februar 1938. Die Befehlsgewalt über die gesamte Wehrmacht übe ich von jetzt an unmittelbar persönlich aus. Das bisherige Wehrmachtsamt im Reichskriegsministerium. Aber einen noch grausameren Schicksalsschlag stellte für mich der Fall des zurückgetretenen Oberbefehlshabers des Heeres dar, des Generalobersten von Fritsch. Selbstredend wäre er der berufene Nachfolger als Kriegsminister gewesen. Einen Besseren hätte ich mir nicht wünschen können. Der Führer betonte, er trenne sich vom zurückgetretenen Reichskriegsminister, Generalfeldmarschall Werner von Blomberg, mit dem Ausdruck tiefbewegter Dankbarkeit. An den aus seiner Stellung scheidenden Generaloberst von Fritsch richtete der Führer und Reichskanzler folgendes Scheiben. Mit Rücksicht auf Ihre angegriffene Gesundheit haben Sie sich gezwungen gesehen, mich um die Enthebung von Ihrer Dienststellung zu bitten. Da wird einem Spei übel. Nachdem ein erstkündig stattgehabter Aufenthalt im Süden und der machte in der Reichskanzlei ich will nicht sagen, den Eindruck eines Schuldigen. Fern sei es von mir, dem Urteil des Reichskriegsgerichts vorzugreifen. Aber gewiss nicht einen guten Eindruck. Sofort klagte er, die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen müssten mit den beiden Hitlerjungen im Zusammenhang stehen, denen er Gastfreundschaft gewährt habe. Nun frage ich Sie, meine Herren, wenn mir ein Mann unter einem solchen Verdacht gleich auch noch mit zwei Hitlerjungen aufwartet. So, mein Schreibtisch ist leer. Meine letzte Arbeit getan. Da liegt noch was. Das, das ist nichts. Der Entlassungswisch von Führer. Alle Anschuldigungen wurden von Justizminister Dr. Gürtner sorgfältig geprüft. Und der Justizminister, der Justizminister, nicht ich, hat sich klipp und klar schriftlich geäußert, dass das gegen General Oberst von Fritsch vorliegende Material eine im Rahmen des Militärgesetzes vorgesehene gerichtliche Untersuchung und kriegsgerichtliche Urteilsfindung unabweislich erfordert. Dem musste ich mich beugen und in seiner Funktionen entbinden. Wie geht es dir, liebe Mama? Ach, du hast es gehört. Nein, Mama, ich bin bei bester Gesundheit. Es handelt sich nur um eine vorübergehende Beurlaubung. Eine Unstimmigkeit wird bald beigelegt sein. Bis ich wieder bei dir in Kassel bin, wird sich alles geordnet haben. Sehr bald, in ein, zwei Wochen besuche ich dich. Leb wohl und halte dich brav gesundheitlich. Alles wird mir immer leichter, wenn ich deine Stimme höre. Leb wohl, ich komme bald. ZERBET demiş. Habe ich lang geschlafen? Bin erst seit ein paar Sekunden da. Ich habe dich in der Galerie gesucht, du warst weg. Ich habe dich auch in der Galerie gesucht, du warst weg. Dann hat mich ein junger Herr angequatscht. Ein Präsent von ihm. Völkischer Beobachter. Der junge Herr interessiert mich mehr. Der stand neben mir und fragte mich plötzlich, ob ich eine Deutsche sei. Si, naturalmente, sagte ich. Und er fragte, sind Sie allein? Und ich sagte, merken Sie denn nicht, dass mein Mann mit mir ist? Und er, wieso? Es ist doch kein Mann hier. Und ich? Mein Mann ist immer mit mir, auch wenn er nicht mit mir ist. Was lügst du jetzt? Aber deine Lügen sind mir lieber als alle Wahrheiten. Bildet sich der junge Mann ein, dass er dich wiedersehen wird? Bildet er sich nicht ein. Sagte nämlich der junge Mann. Ich kenne Sie doch überhaupt. Sind Sie nicht die Frau von Blomberg? Er ist nämlich Leipziger und hat dieses schreckliche Foto vor dem Affenkäfig gesehen. Daraufhin hat er mir den völkischen Beobachter gegeben, weil da nämlich etwas über dich drin steht. Hm. Da ist es ja. 5. Februar. Mein Rücktritt. Aus Gesundheitsgründen. Was der Führer mit dem Ausdruck tief bewegter Dankbarkeit quittiert. Der arme Fritsch wurde auch abserviert. Armer Fritsch. Wie wird er jetzt leben? Das Heer war sein Leben. Für ihn gibt es kein Leben mehr. Ich hatte mehr Glück. Du bist ein neues Leben für mich. Selbst wenn mein altes ganz vorbei wäre. Mit dir bin ich glücklich. Von Tag zu Tag mehr. Das lügst du jetzt alles. Aber deine Lügen sind mir lieber als alle Wahrheiten. Da kommt ja unser neugebackener General Feldmarschall. Immerhin ist er nicht Reichskriegsminister geworden. Herr Riedler, General Feldmarschall. Ich hatte noch keine Gelegenheit, Ihnen persönlich zu gratulieren, Herr General Feldmarschall. Sind vermutlich sehr beschäftigt. Bei Ihnen in der Prinz-Albrecht-Straße soll eine fürchterliche Nervosität herrschen. Nervosität bei uns? Der Frei Fritsch. Das Heer hält die SS und die Gestapo für verantwortlich. General von Hase soll darauf brennend zur Prinz-Albrecht-Straße zu marschieren. Da sind die Potsdamer Spandauer und Döberitzer Truppen. Wir sind nicht blind und nicht taub. Wir ziehen die gesamte SS im Raum Berlin zusammen. Vielleicht muss es so weit kommen. Dem Fall Fritsch muss ein Ende gesetzt werden. Und zwar mit allen Mitteln. Reichsführer, der Fritsch wird von ihm ergebenden Offizieren Tag und Nacht bewacht. Wann geht dein Zug? Um 9.57 Uhr. Sehr bald. Mir ist das Sprechen immer so schwer gefallen. Das hast du von deinem Seelenvater. Nicht von mir. Was wollte ich sagen? Vergiss ich jetzt alles. Du wolltest etwas fragen? Ja, ja, ja. Fragen. Ganze Nacht habe ich dran gedacht. Seit wann bist du jetzt hier? Seit vorgestern. Ich bedrückte etwas. Etwas ganz Ungewöhnliches. Besteht diese Unstimmigkeit noch? Ja, Mama. Aber es droht mir nichts. Ja, wenn du eine Frau hättest. Mit der könntest du jedes Geheimnis teilen. Ich würde nie vorlaut sein und fragen. Tja, eine Frau, die ist nun ausgeblieben. Und seit 30, 35 Jahren ist das dein geheimer Kummer. Ja, ich hätte mich gefreut, wenn du Kinder gehabt hättest. Ich auch, Mama. Aber es ist eben nie was draus geworden. Du hast dich an Paulus gehalten, der da sagt, sei dem Manne gut ledig zu sein. Nicht jeder Apostel hat immer recht. Mit dem 13. Römerbrief hat er mit dem recht. Ist es dir über die Obrigkeit? Jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Naja, aber das ist doch wahr und gut. Bitte, der Obrigkeit muss man sich beugen. Ja, ich beuge mich, liebe Mama. Bedrück dich, die Obrigkeit. Ich weiß nicht, wie kann das sein? Du hast es so weit gebracht. Und dein Vater, der wäre so stolz auf dich gewesen. Oberbefehlshaber des Heeres. In demselben Brief sagt Paulus zu den Römern, so gebet, was ihr schuldig seid. Furcht, dem die Furcht gebührt, und Ehre, dem die Ehre gebührt. Wenn aber dem, dem die Furcht gebührt, nicht zugleich auch Ehre gebührt, was tun die Römer dann? Was machen wir Deutschen? Bedrückt dich der Führer. Es bedrückt mich eher, dass ich Paulus nicht verstehe. Er sagt, es ist keine Obrigkeit ohne Gott. Sind nicht Märtyrer ohne Zahl gestorben, weil sie sich weigerten, den römischen Cäsar Imperator als Gott anzubeten? Ich bin kein Rebell. Aber er empfiehlt mir, Paulus ein Götzendiener zu sein? Nein. Nein, so hat er das nicht gemeint. In gewisses Not gilt nur der wahre Gott, von dessen Geist und Leib wir sind. Ja. Und so steht alles gut mit mir. Und jetzt muss ich meinen Zug erreichen. Bleib du gesund. Ich komme wieder, sobald ich kann. Bald? Ja? Ich weiß, wie schwer dir es fällt, diese Last. Oberbefehlshaber des Heeres. Aber du kommst doch, so oft du kannst. Hm? Werner! Werner! Ich wollte dich doch noch was fragen. Ganze Nacht habe ich dran gedacht. Und jetzt... Was habe ich so vergessen? Tja, das stimmt alles. Kann unterschrieben werden. Ich will noch einen Zusatz zum Protokoll diktieren. Herr Generalobust, schreiben Sie bitte. Eine so schmachvolle und unwürdige Behandlung hat noch in keiner Zeit je ein Volk seinem Oberbefehlshaber angedeihen lassen. Ich gebe zu Protokollen, damit die spätere Geschichtsschreibung weiß, wie im Jahre 1938 der Oberbefehlshaber des deutschen Heeres behandelt worden ist. Eine solche Behandlung ist entehrend für die ganze Armee. entehrend für die ganze Armee. Herr Generalobust, das ist Explosivstoff, direkt gegen den Führer gerichtet. Genau diese Sätze hätten schon vor Wochen der ganzen Generalität gesagt werden sollen. Tut mir leid. Komme von der Gestapo wieder ein paar frühere Burschen verhört. Wieder ein Radau. Gründliche Leute. Fehling sagte hinterher, dass dieser Schmidt aus den Opfern seiner Erpressung oft mehr macht, als sie tatsächlich sind. Ihr Fall, Graf, fiel mir ein. Er hat Sie doch seinerzeit auch der Gestapo als einen 175er angezeigt. Ja, allerdings. Aber der Goldstein, der wirklich meinte und der tatsächlich homosexuell war, der schrieb sich mit einfachen Z und nicht wie ich mit TZ. Außerdem wohnte er in der Bellevue-Straße als Rechtsanwalt. Freilich, er war mit mir für die Gestapo leicht zu verwechseln. Ein blonder Hühner mit Brille. Dieser Schmidt ist ein Renommens. von mir Erpresser, der seine Opfer möglichst hinaufstilisiert. Ist es da nicht naheliegend, dasselbe im Fall des Herrn Generaloberst anzunehmen? Sie meinen, dass der Lump damals irgendwer anders tatsächlich beobachtet hat? Garter, Sie haben es. Die Geschichte ist einfach zu detailliert, um erfunden zu sein. Er hat also jemanden erpresst, der so ähnlich heißt wie der Herr Generaloberst? Ja, zum Beispiel Frisch oder Fries, irgend sowas. Könnte auch ein Pfund sein. Vielleicht auch ein Offizier. Wohnhaft, Lichterfelder Ost. Meisinger führt die Vernehmung, damals 36. Er hört einen ähnlich klingenden Namen und sofort legt er diesem Ganoven ein Foto des bei der gesamten SS verhassten Herrn Generalobersten von Fritsch vor. Und dann fragt er ihn, war das dieser Mann? Genau so. Und der Schmidt weiß genau, was die Gestapo zu hören wünscht. Vor viereinhalb Jahren, sagen Sie? Nee. He, mit so einem Gedächtnis Tretico vom Zirkus. Ein pensionierter Offizier, sagen Sie? Ja, um die 60. Er hat einen pelzgerütterten Mantel getragen. Mit einem Pelzkram. Und einen Stock mit silberner Krücke. Stock mit silberner Krücke. Ja, kennen Sie jemanden mit so einem Stock? Hm, der Rittmeister hat so einen Stock. Er kommt hier lehendlich immer mit einer Dame, einer Fleherin. Er ist nicht auf dem Damm. Ernst und ja, nicht auf dem Posten. Ja, wissen Sie vielleicht den Namen von dem Herrn? Vom Adel ist er. Er liegt ihm auf der Zunge. Er wohnt da in der Jehend. Na und genauer wissen Sie das. In der Ferdinandstraße. Kennen Sie zufällig die Hausnummer? Nee, ich war noch nie da in Ihren Laden. Sie haben uns sehr geholfen, Frau Wirthig. Ist nicht nötig. Frisch! Was? Frisch! Das ist der Name, von dem ihr wissen. Stolzernfront. Rittmeister Achim von Frisch. Frisch, ja. Kein Tee. Lassen Sie mich Ihre bisherige Aussage rekapitulieren. Ich, Rittmeister, Herr Deachim von Frisch, wohne nach Berlin, Lichterfelder Ost, Ferdinandstraße 21, hatte an einem Novemberabend im Jahr 1933 hinter dem Bahnhof Wannsee homosexuellen Verkehr mit einem jungen Mann. Ich nahm dann den Zug vom Ringbahnhof nach Lichterfelder Ost. Auf dem Kranholdplatz wurde ich von einem Mann angesprochen, der wegen dem angeblich von ihm beobachteten Vorgang Geld erpressen wollte. Er wollte 500 Mark. Ich ging mit ihm zu meinem Haus, holte Geld für die Anzahlung. Den Rest sollte er sich am folgenden Tag am Bahnhof Lichterfelder Ost abholen. Soweit waren wir gekommen, Herr von Frisch. Ja. Bitte fahren Sie fort. Am nächsten Tag gab ich dem Erpresser den Rest der 500 Reisbarke. Zwei, drei Tage später kam er wieder, sein Vorgesetzter bei der Kriminalpolizei. Sei mit der Summe nicht einverstanden und warte auf mich beim Bahnhof. Der angebliche Vorgesetzte verlangte 2.500 Reisbarke. Sollen wir die Pflegerin rufen? Geht schon, weiß ich. Wir einigten uns dann auf 2.000 Reisbarke. 1.000 sofort, der Rest irgendwann später. Aber schon lange vor der zweiten Rate kam der Bursche wieder und bestand auf Begleichung der ganzen Summe. Ich hob Geld von der Dresdner Bank ab und zahlte den Mann im Café Ost aus. Ich ließ ihm eine Empfangsbestätigung unterschreiben. Haben Sie die noch? Sicher. Was haben Sie an jenem Abend getragen? Einen dunklen, pelzgefütterten Manteln hab ich noch. Auch einen Stock? Ja, Stock mit silberner Krücke, den hab ich immer. Ab bitte, bringen Sie aus dem Schreibtisch die eiserne Kasse hin. Das ist der Schlüsseltund. Ja genau, das war er ja. Er nannte sich... Kröger. Kröger. Sie können das behalten, wenn Sie wollen. Ja, dann wären wir dankbar. Entschuldigen Sie bitte, Herr von Frisch, Herr Kollege. Ja. Sie müssen den Mann unter Eid nehmen. Ja, aber hier ist doch kein Gestapo-Beobachter dabei. Aber diese Aussage entscheidet den Prozess. Er ist ein schwerkranker Mann, wenn er vorher stirbt. Ja, ja, Sie haben recht. Vereidigt genügt diese Aussage, aber unvereidigt ist sie wertlos. Ja. Ja, wir müssen das tun. Herr von Frisch, habt Sie irgendetwas dagegen, dass ich Sie auf diese Aussage vereidige? Ich hätte eigentlich am Anfang darauf hinweisen sollen. Ich habe nicht den geringsten Einwand. Also, Herr Achim von Frisch, laut Paragraf 142 der Militärstrafgerichtsordnung nehme ich Sie jetzt unter Eid. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Heben Sie jetzt die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. Gut ist es nicht für den Rittmeister. Er ist ein sehr kranker Mann. Muss er denn immer wieder überfallen werden? Sie sind doch auch von der Polizei. Wir sind vom Reichskriegsgericht. War die Polizei denn hier? Die Gestapo war hier. Am 15. Januar. Am 15. Januar? Sonnabend im 15. Januar. 15. Januar. Und wann wurde Hitler von Göring das Gestapo-Protokoll übermittelt, was Herrn von Fritsch belastet? Am 25. doch. Ja, am 25. Januar. Zehn Tage lang wusste die Gestapo schon, dass es sich um den Rittmeister Achim von Frisch handelt. Wenn nicht schon viel länger. Und doch wird am 25. Januar dem Führer durch ein wissentlich und vorsätzlich verfälschtes Protokoll die Handhabe geboten, den Oberbefehlshaber des Heeres davon zu jagen. Herr General Oberst, Sie können Viktoria schießen lassen. Der Richtige ist gefunden. Der Fall ist endgültig aufgeklärt. Darf ich mir erlauben? Herr General Oberst, der Albtraum ist vorbei. Darf ich der Erste sein? Aber da immer lieber der Erste bin schon ich. Sie können sich um eine Vase für diese Rosen verdient machen. Der Fall ist restlos aufgeklärt. Wir lassen Viktoria schießen. Auch das wird dem Führer nicht genügen. Aber verehrter Herr General Oberst, der Fall ist durch Wahrheitsfindung abgeschlossen. Beim Führer haben Wahrheiten sehr kurze Beine. Sind Sie sicher, dass Sie nur einmal die Begehung eines homosexuellen Deliktes hinter dem Bahnhof Wannsee beobachtet haben? Jawohl, nur das eine Mal. Und dass danach der Herr nach Lichterfelder Ost fuhr und Sie mitfuhren, das hat sich auch nur ein einziges Mal begeben. Nur das eine Mal. Und das war der Herr General Oberst Werner von Fritsch. Welches Haus betrat er? Ferdinandstraße 21. Haben Sie sonst irgendwann im Bahnhof das war das an Lichterfelder Ost? Geld erhalten? Nee, das war das einzige Mal. Und Sie haben darüber eine Quittung unterschrieben? Ja, das habe ich getan. Unterschreiben Sie oft Quittungen? Nee, im Leben. Das war die eine, einzige Quittung. So? Ist das Ihre Schrift? Ja, das ist sie. Steht da nicht. Der Unterzeichnete bestätigt den Empfang von Reichsmarkt 2500 vom Rittmeister A.D. Achim von Frisch, Lichterfelder Ost und darunter Ihre Unterschrift. A.D. Also, ich soll tot umfallen, wenn das nicht ein total separater Herr war. Ach, das ist ja merkwürdig. Ein total separater Herr. Sie haben doch eben zu Protokoll gegeben, dass Sie nur eine Quittung unterschrieben haben in diesem einzigen Fall in Lichterfelder Ost. Also, nun sage ich kein Sterbenswort mehr. Für was denn? Für was muss ich mir selber belasten? Wie beurteilen Sie diese Aussage des Rittmeisters A.D. Achim von Frisch, Reichsführer? Schmidt erklärte ausdrücklich, es handele sich dabei um zwei ganz verschiedene Fälle. Halten Sie das für glaubwürdig, Reichsführer. Wie Schmidt sagt, es kommt in den besten Familien vor, dass man mal was vergisst. Er will vergessen haben, dass er nicht einmal, sondern zweimal hinter dem Bahnhof Warnsee die Begehung eines 175er-Dialikts beobachtet hat. Zwei Herren nach Lichterfelder Ost begleitete, beide zur Ferdinandstraße. Dieser Achim von Frisch, wie glaubwürdig ist seine Aussage? Sie wurde unter Eid abgegeben. Ein alter 175er. Schwerkrank dazu, ich bitte Sie. Was heißt da Eid? Sie haben recht getan, zu mir zu kommen, Herr General. Aber meine Zweifel sind nicht genügend beseitigt, um den Kriegsgerichtsprozess abzusagen. Beim Kriegsgericht bleibt es jetzt. Außer, dieser Otto Schmidt gibt vorher uneingeschränkt zu, dass er den General-Oberst von Frisch verleumdet hat. Danke. 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 Herr Himmler, wenn der General-Oberst freigesprochen wird bei der Stimmung in der Generalität und der Truppe, dann geht es euch allen in der SS an den Kragen. Reichsführer! Immerhin. Ihr Vorschlag, ihn unter Eid zu nehmen, hat ihm das Leben gerettet. Jetzt hätten die nichts davon, ihn tot zu schlagen. Aber wie die den zu richten, damit er alles zurücknimmt. Ja. Äh, Kriminalinspektor Fehling, ja? Ja, hier ist Kriegsgerichter Dr. Birron. Ihr habt den Rittmeister AD Achim von Frisch in Schutzhaft genommen, nicht wahr? Wenn uns nicht sofort zu einer eingehenderen Befragung überstellt wird, begibt sich General Heitz zum Führer. Verstanden, ja. Sonst werde General Heitz sofort zum Führer gehen. Na, dann nutzen wir die Zeit aus, die uns noch bleibt. Los Fehling, sofort verschärfte Vernehmung. Herr Kriminalrat, der hat schon eine Platzwunde da, eine gespaltene Oberlippe. Na ja, da wird es doch höchste Zeit, dass der degenerierte Mensch ein bisschen ein Gaudi erlebt, ha? Ha! 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 Das war's. Den Vorsitz wird Generalfeldmarschall Göring führen. Auf Führerbefehl? Ich nehme an, er hat sich selber vorgeschlagen. Die anderen Herren haben sich gefügt. Es sollen die Behauptungen nachgeprüft werden, dass Generaloberst Adé Freier von Fritsch in Berlin, in der Zeit vom Oktober 1933 bis März 1936 mit dem Hitlerjungen Fritz Wermelskirch Unzucht getrieben habe. Im Winter 1934 mit dem Hitlerjungen Gerhard Zeidler wieder natürliche Unzucht getrieben habe. Im November 1933 mit dem Arbeiter Martin Weingärtner wieder natürliche Unzucht getrieben habe. Durch gerichtliche Entscheidungen in der Hauptverhandlung soll festgestellt werden, ob der Generaloberst Adé Freier von Fritsch sich dieser behaupteten Verfehlungen im Sinne des Paragrafen 175 Neuer und Alter Fassung 74 Reich Strafgesetzbuch schuldig gemacht hat, oder ob er nicht überführt ist, oder ob er unschuldig ist. Ich hatte mit diesem Mann Schmidt nie etwas zu tun. Ich wurde niemals erpresst, weder von diesem Schmidt noch von irgendwem anderen. Ich habe niemals eine homosexuelle Handlung begangen. Ich bin nicht homosexuell veranlagt. Ich habe eine normale Einstellung zu Frauen in geschlechtlicher Hinsicht. Die Behauptungen des Schmidts, soweit sie mich betreffen, enthalten nicht ein einziges wahres Wort. Herr Generalfeld Marschall, bitte. Der Zeuge Schmidt gab sehr viele Einzelheiten über Sie zu Protokoll, Herr Generaloberst. Wie Sie bei jedem Anlass gekleidet waren, wo Sie wohnten und so weiter. Besitzen Sie zum Beispiel einen pelzgefütterten Mantel mit Pelzkragen? Einen solchen Mantel habe ich niemals besessen. Schmidt sagte, ich hätte geraucht. Ich bin seit den 20er Jahren Nichtraucher. Ich hatte nie ein Konto bei der Dresdner Bank und ich kenne niemanden im Haus Ferdinandstraße 21. Danke. Zeuge Otto Schmidt, Sie können die beiden Fälle, sagen Sie, absolut auseinanderhalten. Ja, das stimmt. Nun erzählen Sie mir mal, Sie haben da hinter dem Bahnhof Wannsee einmal den Rittmeister von Fritsch bei so einem Delikt beobachtet und das andere Mal angeblich den Herrn Generaloberst von Fritsch. Fritsch, beschreiben Sie mir die Mäntel, die die beiden Herren damals trugen. Weiß ich nicht mehr. Das ist so lange her. Trugen die Herren vielleicht Pelzmäntel? Kann ich nicht mehr sagen. Was trug der Generaloberst von Fritsch? Na der, der trug einen dunklen, dicken Mantel. Kann auch gefüttert gewesen sein mit Pelz. Das kann ich nicht sagen. Angenommen, dieser Pelzmantel hätte einen schönen Pelzkragen gehabt. Wäre Ihnen das nicht schon bei der Beobachtung des Delikts aufgefallen? Da habe ich nicht auf den Kragen gekickt. Ja, da will ich Ihnen mal sagen, worauf Sie gekickt haben. Gestapo-Vernehmung, 26. August 1936. Er trug einen Pelzmantel mit einem Pelzkragen aus kostbarem braunem Pelz. Verhör, 3. September 1936. Der Herr im Pelzmantel. Also, Schmidt, dieser Pelzmantel muss ja einen mächtigen Eindruck auf Sie gemacht haben. Wird schon so gewesen sein. Aber bei Ihrem letzten Gestapo-Verheuer vor einigen Wochen, da sagten Sie, genauso wie vorhin eben, es sei ein dicker, dunkler Mantel gewesen. Und der Kriminaloberinspektor Hoover hielt Ihnen daraufhin vor, aber Sie sagten doch, dass es ein Pelzmantel war. Und Sie antworteten, es könnte ein dicker Mantel gewesen sein. Auch ein Pelz. Schmidt, nun erklären Sie dem Hohen Gericht mal, warum etwas, was früher für Sie so wichtig war, plötzlich so aus Ihrem Gedächtnis verschwindet. Gedächtnis ist Gedächtnis. Diktieren kann ich dem nicht. Ist es nicht vielleicht so, dass Ihnen plötzlich bekannt wurde, der Rittmeister Achim von Frisch sei von der Gestapo ausfindig gemacht worden? Herr Graf von der Goiz, ich bitte mir aus bloße Spekulationen, die die geheime Staatspolizei betreffen, zu unterlassen. Wie Herr General Feldmarschall befehlen, ist das nicht so, Schmidt, dass Ihnen bewusst wurde, wie schlecht die ganze Sache für Sie ausgehen kann, wenn der Rittmeister von Frisch aufgefunden wird? Und alle Einzelheiten, die Sie dem Generaloberst von Frisch angedichtet haben, tatsächlich nur auf den Rittmeister von Frisch passen. Und deshalb haben Sie nachträglich alle Ihre früheren Aussagen umgekrempelt. Bleiben Sie noch immer dabei, dass Sie den Herrn Generaloberst von Frisch nie mit dem Rittmeister von Frisch verwechselt haben. Ich habe immer nur vom Generaloberst von Frisch gesprochen. Nie und nimmer habe ich was verwechselt. So war mir Jotthelfe. Rittmeister von Frisch wird hier vor Gericht mit eben diesem Pelzmantel erscheinen, den Sie so ausführlich der Gestapo geschildert haben. So, und nun weiter. An jenem Novemberabend hinter dem Bahnhof Wannsee, als Sie den angeblichen Generaloberst von Frisch belauerten, was hatte er da einen Stock bei sich? Ja. Wie sah der Stock aus? Na, wie ein Stock? Ein dunkler Stock? Ja. Jetzt ist ja nur noch dunkel. Aber bei Ihrem Gestapo-Verhör vom August 36, da sagen Sie noch klipp und klar, der Herr habe einen Stock getragen mit silbernem Griff und einer silbernen Krücke. Das sagten Sie damals über den Herrn Generaloberst von Frisch. Na, wenn ich das jeder acht habe. Sie wissen ganz genau, wie der Stock aussah und wen getragen hat. Nämlich der Herr Rittmeister von Frisch, der hier vor Gericht als Zeuge mit eben diesem Stock erscheinen wird, und zwar mit silbernem Griff. Haben Sie noch was dazu zu sagen? Na, dazu haben Sie wohl nichts mehr zu sagen, Schmidt. Aber vielleicht können Sie mir sagen, ob Ihrem Eindruck nach der Herr Generaloberst von Frisch ein starker Raucher war. Nee, praktisch war der nicht Raucher. Was heißt praktisch? Na, minimal geraucht hat er. So gut wie ja nicht. Na, da will ich Ihrem Gedächtnis ein bisschen nachhelfen. Gestapo-Verhörer August und September 1936. Der betroffene Herr, also der Herr Generaloberst von Frisch, zündete sich noch vor seiner Begegnung mit dem Bayernseppel in der Bahnhofshalle des Bahnhofs Wannsee eine Zigarre an. Kurz nachdem sie zusammen den Bahnhof Wannsee verlassen hatten, das heißt also auf dem Weg zu dem angeblichen Tatort, zündeten sich der Bayernseppel und dieser Herr Zigarren oder Zigaretten an. Und was schnitt geschah nach diesem angeblichen Delikt? Beide Personen zündeten Zigarren an, gingen dann auseinander. Und kurz darauf, als sie dem angeblichen Generaloberst von Frisch in den Zug nach Lichterfelde Ost gefolgt waren, da erhielt ich zunächst eine Zigarre aus seinem Zigarrenetui. Und über die Situation in der Bahnhofsgaststätte Lichterfelde Ost, da steht hier im Protokoll, wir tragen zusammen Asbach-Uralt und rauchten Zigarren. Schmidt, nennen Sie den Mann, den Sie so schildern, praktisch einen Nichtraucher. Nichtraucher, das sage ich nicht. So doof bin ich nicht. Und wie kommen Sie zu Ihren früheren Aussagen über praktisch einen Kettenraucher wie in Ihren neuesten Aussagen über praktisch einen Nichtraucher? Weil Sie plötzlich erfahren haben, und zwar bei der letzten Gegenüberstellung in der Prinz-Albrecht-Straße, dass Herr Generaloberst von Fritsch absoluter Nichtraucher ist. Sie haben Pech. Schmidt, alle Ihre Aussagen treffen nicht auf den Herrn Generaloberst von Fritsch zu, aber so gut wie alles deckt sich mit dem, was der Herr Rittmeister von Fritsch unter Eid zu Protokoll gegeben hat. Und was er hier vor Gericht als Zeuge bekräftigen wird. Behaupten Sie immer noch, dass es sich hier um zwei verschiedene Fälle handelt. Ja, das behaupte ich. Und das werde ich behaupten, bis Sie mir die Zunge rausreißen. Herr Staatsrat, wie lange wünschen Sie, dieses Verhör noch fortzusetzen? Herr Generalfeldmarschall, dieses Verhör ist das Wichtigste für die Verteidigung. Und ich bin auch bald fertig damit. Gestatten Sie, dass ich fortfahre. Bitte, Herr. Nun, Schmidt, nachdem Sie den angeblichen Generaloberst von Fritsch bis zur Ferdinandstraße 21 in Lichterfelde-Ost begleitet hatten, Gestapo-Protokoll vom 8. Juli 1936, zeigte er mir auf der anderen Seite des Bahnhofs eine Bank. Ich glaube, es ist die Dresdner Bank, wo ich am folgenden Morgen auf ihn warten sollte. Gestapo-Protokoll 26.08.1936. Am folgenden Tag stand ich beim Fernsprichkiosk an der Ecke Jungfernsteg und beobachtete den Eingang zur Bank. Nach einer Weile kam Generaloberst von Fritsch aus der Bank heraus. War das wirklich der Herr Generaloberst von Fritsch? Ja, das war der Herr Generaloberst von Fritsch. Aber bei Ihrer letzten kriegsgerichtlichen Vernehmung gaben Sie zu Protokoll, dass Sie nur einen einzigen Erpressungsfall in Lichterfelde-Ost hatten, bis Ihnen die Quittung des Rittmeisters von Fritsch vorgelegt wurde. Na ja, das war eine Lüge. Das gebe ich ja zu. Ich hatte Angst. Jetzt aber soll Ihnen das Gericht glauben, dass der Mann, dem Sie bis nach Lichterfelde-Ost in die Ferdinandstraße 21 gefolgt sind und der Ihnen dort die Dresdner Bank gezeigt hat, wo er ein Konto hat und den Sie tatsächlich am nächsten Tag aus dieser Dresdner Bank kommen sahen, dass dieser Mann nicht der Mann ist, auf den das hier alles zutrifft, der das hier vor Gericht bestätigen wird, sondern der Generaloberst von Fritsch, dessen Privatwohnung in der Nähe der Kurfürstenstraße ist und dessen Bankkonto bei der Deutschen Bank in der Kurfürstenstraße hat, in Charlottenburg, und den in Lichterfelde-Ost in der Ferdinandstraße 21 kein Mensch kennt, Wagen Sie, das dem Gericht als wahr anzubieten! Das ist ein Kudelmull, das gebe ich ja zu. Genau darum habe ich mir ja nicht getraut, der Gestapo von den Bedefällen zu erzählen. Otto habe mir gesagt, wer glaubt ihr denn das? Erzähl du nur von dem Ehenfall, dem General von Fritsch! Wer immer oder was immer Sie zwingt, hier weiter zu lügen, Sie helfen sich damit nicht mehr! Aus Gründen, die das Interesse des Reichs betreffen, muss das Verfahren auf einige Tage ausgesetzt werden. Sobald wie möglich, vermutlich in wenigen Tagen, wird es an dem Punkt fortgesetzt werden, an dem es jetzt unterbrochen wird. ein Marsch in Österreich. Haben Sie bedacht, dass dieser Überfall auf Österreich etwas mit meinem unbedeutenden Schicksal zu tun hat? Nicht der Einmarschatz solcher. Der wäre früher oder später sicher gekommen. Aber dass er genau zu diesem Zeitpunkt stattfindet, unmittelbar nach dem Beginn meines Prozesses. Göring hat diesen Überfall entscheidend mitgeplant. Und wenn die Österreich kassiert haben, dieser Jubel... Hören Sie den Jubel? Dann kann mein Prozess laufen, wie er will. Helfen kann mir dann nichts mehr. Das ist es. Das ist die Stunde Deutschlands. Ich muss sofort Keitel telegrafieren. Warum? Ja, er weiß ja nicht, dass wir von Amalfi nach Sorenz sind. Glaubst du, dass jetzt Krieg ausbricht? Jetzt ist alles drin. England und Frankreich müssen scharf reagieren. Vielleicht sogar mobilisieren. Jetzt werde ich gerufen. Ich werde gerufen. Ich werde gerufen. Ich werde gerufen. Gutränge Alle bisherigen Aussagen, ob von den beiden Hitlerjungen oder von ihren ehemaligen Adjutanten, Ordonanzen und Reitburschen, von allen eine erbitterte Ablehnung der Verleumdung. Jetzt kommt gleich Rittmeister von Frisch. Aussagefähig? Schwer misshandelt, aber er hat kein Wort zurückgenommen. Sie haben Ihre Aussage in Gegenwart der Reichskriegsgerichtsräte Dr. Biron und Dr. Sack aus freien Stücken gemacht? Völlig freiwillig, Herr Generalfeldmarschall. Sie haben diesen Pelzmantel schon im November 1933 besessen und bei dem geschilderten Anlass getragen? Ich besitze ihn seit mindestens zehn Jahren und habe ihn damals getragen. Auch denselben Stock? Auch den Stock. An der Identität des Erpressers haben Sie keinen Zweifel? Überhaupt keinen Zweifel. Nach Begleichung der gesamten erpressten Summe kam er zweimal wieder, um noch mehr zu erpressen. Und da kriegte er nur ein Gläschen Schnaps. Schmidt! Sie haben die Aussage gehört. Was sagen Sie dazu? Das hat sich schon so zugetragen. Ähnlich ist das schon. Das ist ja das ganze Malheer. Sie bleiben bei Ihrer Beschuldigung des Generalobersten? Irgendwann geht's zu weit. Exakte Wahrheit! Zurücknehmen, das kann ich nicht. Herr von Fritsch kann abtreten. Darf ich noch etwas sagen? Bitte. Ich bedauere tief, dass der auch von mir hochverirrte Herr Generaloberst von Fritsch meinetwegen so viel zu erdulden hat. Der Zeuge ist entlassen. Also, Zeuge Ganser, ich ermahne Sie zur Wahrheit, die Sie zu beeidigen haben werden. Erzählen Sie, was Sie von dem Fall wissen. Ja, also der Schmidt und ich, wir waren gute Bekannte. Und da sagt er mir im Jahr 34, im Frühjahr, er hätte vor ein paar Monaten einen höheren Offizier hinterm Bahnhof Wannsee zusammen mit dem Bayern-Säppel erwischt. Den gewissen Herren, so sagt der Schmidt, den könnten wir vielleicht in eine pikante Situation rein manövrieren und weiter ausquetschen. Komm mit, sagt er. Ja, und dann fuhr ich mit dem Otto Schmidt nach Lichterfelde Ost, dreimal. Und wir gingen durch die Ferdinandstraße, wo der gewisse Herr wohnt. Ja, aber der Herr war nie zu sehen. Den Namen des Herrn hat er nie genannt? Nee, nee, nicht den Namen. Noch irgendwelche Fragen, Herr Staatsrat? Danke, Herr Generalfeldmascher. Zunächst eine Frage an den Zeugen Schmidt. Bei diesem Besuch in Lichterfelde Ost mit Ihrem Freund Ganser, auf wen hatten Sie es da abgesehen? Wen wollten Sie finden? Ein Generalobers von Fritsch. Ist ja klar. Gut. Zeuge Ganser, hatten Sie den Eindruck, dass dieser Herr, dessen Name ihm der Zeuge Schmidt nicht genannt hat, ein General war? Ach nee, niemals General. Von Hauptmann hat er ja gesprochen. Oder Rittmeister. Aber Ganser... Nicht sein Laut! Schmidt, sonst bereuen Sie es bitter. Hat Schmidt diesen Herrn irgendwie näher beschrieben? Ja, das wäre ein alter Mann und nicht mehr ganz bei Gesundheit. Der lebt da immer mit einer Pflegerin. Und das ist ein Herr, hat er gesagt, wenn man von dem schon keinen Kies kriegt, einen guten Schnaps kriegt man da auf jeden Fall. Und nur noch eines. Hatten Sie den Eindruck, dass da noch wer anderer war in Lichterfelde Ost, auf den Schmidt es abgesehen hatte? Nee, da war nur der Rittmeister mit der Pflegerin. Nein, danke. Ich bedanke mich, Herr General, Herr Pauschal. Zeuge Ganser, jetzt nehme ich Sie unter Eid. Sie schwirren bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach bestem Wissen die reine Wahrheit gesagt und nichts verschwiegen haben. Erzählen Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Jot helfe. Sie sind entlassen. Schmidt, reden Sie vor. Der Janser, der hat nur alles durcheinander gebracht. Ich habe ihm mehrere Wohnungen gezeigt und mehrere Fenster. Sie sind ja der verlobenste Mensch, der mir je vorgekommen ist. Glauben Sie, Sie können uns hier noch weiter belügen? Ja, ich habe Jeloren, ich habe den Feld, den Generaloberst von Fritsch, nie nicht gesehen. Na endlich. Damit wäre die Beweisaufnahme wohl geschlossen. Herr General Feldmarschall, darf ich noch eine letzte Frage stellen? Bitte. Danke. Danke. Sagen Sie uns, Schmidt, sind Sie von irgendeiner Seite bedroht worden, falls Sie Ihre Aussage berichtigen? Ich? Nee. Das heißt. Nee. Nee, nee, nee. Schmidt, ich gebe Ihnen mein Wort. Es wird Ihnen kein Leid widerfahren, wenn Sie die Frage ehrlich beantworten. Na ja, heute Morgen, da ließ mir der Kriminalrat Meisinger kommen. Wenn ich meine Aussage verändere, wenn ich meine Aussage verändere, denn... Was heißt denn? Denn? Denn fahre ich nach dem Himmel. Nach dem Gang der Verhandlungen brauche ich zur Sache selbst kein Wort mehr zu sagen. Tage des Unglücks hat die deutsche Armee nach Tagen des Sieges erlebt und ertragen. Tage der Schande bisher noch nicht. Die ungeheuerlichste Beschimpfung des ganzen Heeres durch ein einmalig ungeheuerliches Vorgehen gegen seinen Oberbefehlshaber von Verbrecherhand unternommen, ist in nichts verflogen. So, der Ehrenschild des Heeres und seines Oberbefehlshabers ist rein. Herr Generaloberst von Fritsch hat das Schlusswort. Ich bin aufgrund der erlogenen Bezichtigungen eines ehrlosen Lumpen mit Schmach und Schande überhäuft worden. Meine Ehre ist in den Staub getreten. Ich bin aufgrund dieser Bezichtigungen veranlasst, meinen Abschied zu nehmen. Mein Ansehen, mein Ruf als Offizier ist in weiten Kreisen der Armee untergraben. Ebenso bin ich in der Zivilbevölkerung diffamiert. Denn es ist ja allgemein in der Zivilbevölkerung bekannt, dass ich des Paragrafen 175 angeklagt bin. Meine Herren, sprechen Sie Ihr Urteil und geben Sie mir meine Ehre endlich wieder. Berlin, 18. März 1938, im Namen des deutschen Volkes. Die Hauptverhandlung hat die Unschuld des Generaloberst AD Freiherr von Fritsch in allen Punkten ergeben. Aber Sie werden die Ernennung doch nicht ablehnen. Sie werden mir doch ein Wort an den Führer mitgeben. Herr von Braufitsch, dem Heer und seinem Oberbefehlshaber schulde ich etwas. Nein, nein, mir schulden Sie nichts. Dass ich hier in Achterberg am Rande des Truppenübungsplatzes wohnen darf, Ich schulde es Ihnen, aber dem Führer schulde ich nichts. Sie bringen mir die Ernennung zum Chef meines alten Artillerieregiments Nummer 12. Das soll meine Rehabilitierung sein. Damit unterstreicht der Führer nur, dass ich vom Aktiven her befreit bin. Und nicht ein Wort des Bedauerns, drei Monate nach dem Freispruch? Aber gerade Worte des Bedauerns, erschütternde Worte, fand er vorgestern im Fliegerhorst Barot. Sie hätten ihn hören sollen. Ich wäre kaum willkommen gewesen. Zum Wohle. Das Ihre. Ich werde nunmehr alles daran setzen, den untadeligen Ehrenmann, den ich in Generaloberst von Fritsch immer gesehen habe, zu rehabilitieren. Diesen schamlosen Lügner, der als Kronzeuge auftrat, habe ich ohne weiteres Verfahren erschützen lassen. Wenn ich nur imstande wäre, alle diese erschütternden Zusammenhänge jetzt der Welt offen darzulegen. Aber natürlich verbietet das die Staatsversorgung. Im Reichsverteidigungsrat jedoch, dessen Gründung bevorsteht, wird der Rat dieses großen Fachmannes noch wichtiger sein, als in seiner bisherigen Stellung. Ich bin in dieser Sache schändlich betrogen worden. Und dass ich das Opfer eines solchen Betrugs werden kann, lässt mich erkennen, wie ich auf meinen verantwortungsvollen Wege mehr und mehr vereinsame. Nur zu gut begreife ich, wie empört manche unter Ihnen sein müssen, dass ein Mann, wie der Herr von Fritsch, so leiden musste, dass manche von Ihnen selbst daran dachten, deswegen den Abschied zu nehmen, ist mir begreiflich. Aber wie General Oberst von Brauchitsch vorher sagte, in dieser Stunde, da ein Krieg gegen die Tschechoslowakei mit Sicherheit bevorsteht, beschwöre ich Sie, die Fahne nicht zu verlassen. Heil! Heil, mein Führer! Heil! 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 Und da hat er alle überzeugt, dass er das wahre Opfer ist. Einen Reichsverteidigungsrat wird es nie geben. Ein Abschluss ist das nicht. Der Schluss wird erst mit meinem Tod kommen. Wenn ich Frondeur wäre, ich hätte das Regime erschüttern können. Vielleicht mehr als erschüttern. Die Geschichte würde es Ihnen danken, dass Sie es nicht versucht haben. Oder im Gegenteil. Mich nicht freisprechen. Jetzt geht es also gegen die Tschechei? Ja. Am 30. Mai hat er verfügt. Es ist mein unabänderlicher Entschluss, die Tschechoslowakei in naher Zukunft durch eine militärische Aktion zu zerschlagen. Na also. Von einem seiner unabänderlichen Entschlüsse zum anderen wird die Generalität gehorchen. Bis. Aber dann werde ich zum Glück nicht mehr am Leben sein. Prost. Nej. Tschech. Wenn ich in Pension gehe, dann übersiedeln meine Frau und ich von Utrecht nach Java. Ich habe uns Pension angekauft. Paradiesisch. Also, offen gesagt, Herr Kapitän, meine Frau und ich würden es Ihnen nicht nachmachen. Hat Ihnen nichts zugesagt? Ja, anfangs her. Wir waren in Java, Borneo, Sumatra. Es schien uns, eben wie Sie sagten, paradiesisch. Aber nach diesen Monaten da unten fühlen meine Frau und ich umso mehr, dass wir nördliche Menschen sind. Uns zieht es nach dem Norden, nicht nach dem enervierenden Süden. Die Palmenwälder am Anfang sehr reizvoll, am Ende sehr eintönig. Das hätten wir nicht zu den Anblick eines deutschen Waldes gegeben. Gehen Sie von Genua direkt nach Deutschland zurück? Nein, wir bleiben noch eine Weile in Italien. Südtirol, Meran. Ist eine Schande! Skandal! Oh, Lovely! Das soll der Führer sein? Kurzer Punkt! Das ist ja ungeheuerlich, dieser Mensch mit meiner Frau. Herr Kapitän, Herr Kapitän! Die Widerführer und Reichskanzler verunglimmt auf holländischem Boden! Sie habe die deutsche Einmaßner Holland gerade noch verhindert! Darf ich um diesen Tanz bitten? Er war das für seine Einmusik-Vании. Wir haben mit der Erkofahrzeuge auf den Angehörigen. Das soll die Erkofahrzeuge auf auf dem Gäste Congratulations geben! Genau! Der Führer ist in der Gäste, der Führer ist in der EU und der Führer!!! aber in der EU und der EU. Der Führer ist in der EU. Der Führer ist in der EU. Leipzig, ein Brief für dich. Och, von Axel. Ein Gruß aus dem Reich. Oh, sieh mal. Ist das dein Haus am Tegernsee? Das ist unser Haus. Ist wirklich nett von Axel, dass er sich so darum kümmert. Hör mal, was er noch schreibt. Ganz Deutschland leidet mit den Sudetendeutschen, die von der tschechischen Regierung verfolgt und drangsaliert werden. Ich weiß, was du jetzt denkst. Der Krieg steht bevor und du bist verzweifelt, wenn du nicht dabei sein darfst. Das ist meine letzte Chance. Wenn jetzt eine Absage aus Berlin kommt, ist mein militärisches Leben vorbei. Du hast also ein Gespräch nach Berlin angemeldet. Ja. Anrufe aus Berlin, bitte. Danke. Entschuldigung. Endgültiger Bescheid aus Berlin. Der Führer hat seine Zusage für meine Wiederverwendung zurückgenommen. Er erklärt jetzt, die Lage habe sich so verändert, dass er auf meine Dienste ein für allemal verzichten muss. Du wirst also in Wies ja einen untätigen alten Mann zu versorgen haben. Ich weiß nichts von einem alten Mann. Ich weiß nur von meinem. Trat er den Flug nach München an, wo er zur Mittagszeit landete. Um 16 Uhr traf der britische Premierminister mit seiner Begleitung in Berchtesgaden ein. Wurde da zum Berghof gefahren und Mr. Neville Chamberlain wurde vom Führer auf der obersten Stufe der Freitreppe empfangen. Das Gespräch der beiden Staatsmänner ist bereits seit zwei Stunden in Gang. Es ist kaum zu viel gesagt, dass von diesem Gespräch der Friede der Welt abhängt. Das geht nicht mehr schief. Wieder hat der Führer einen Krieg gewonnen, ohne einen Schuss. So hoch hat er Deutschland erhoben. In so wenigen Jahren, dass sogar der britische Premierminister zu ihm pilgern muss. Was ist da Tränen in den Augen? Aus Stolz. Da schäme ich mich nicht. Warum gehst du nach Polen? Ich denke, du bist im Ruhestand. Und doch will ich zu meinem Artillerieregiment. Du weißt, dass ich Chef meines alten Artillerieregiments Nummer 12 bin. Chef. Kongendierst du? Nein, nein. Ein Chef hat nichts zu sagen. Ja, aber warum willst du dann in die Tschechei? Die Tschechei gibt es nicht mehr, liebe Mama. Die ist seit Monaten ein deutsches Protektorat. Jetzt geht es um Polen. Wissen Sie nicht auch von uns erobert werden? Nicht von mir. Herr Hitler will es wohl. Ist denn das Recht auf unserer Seite? Wird dieser Krieg lange dauern? Weiß man das je? Ja, das ist wahr. Ja, ja, 1914. Sagten Sie das auch. Es dauert höchstens drei Wochen. Dann habe ich jahrelang Angst um dich gehabt. Sieh ich dich jetzt zum letzten Mal? Ja, ich lebe nicht mehr lange. Liebe Mama, du lebst noch Jahre und Jahre. Aber warum willst du nach Polen? Du bist im Ruhestand. Ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ach ja, da war so ein Streit mit diesem Herrn Hitler. Warum gehst du zu deinem Regiment, wenn du nichts zu sagen hast? Weil ich es daheim in Berlin nicht aushalte. Es ist furchtbar, Tag aus, Tag ein nichts zu tun. Erlittene Kränkung geht durch den Kopf. Tag aus, Tag ein. Werder... Habe ich geschlafen? Lange? Nur wenige Sekunden. Oh Gott. Das war ein furchtbarer Traum. Das war Krieg. Ja, Krieg. Ein langer Krieg. Alles hat gebrannt. Berlin, Kassel. Und dann... Dann war da... Ein Glitzer. Da... Da lag wie im Schutt. Einfach geholt. In seinem linken Auge. Fein Einglas. Das warst du. Aber du warst doch noch ein kleiner Junge. Geh nicht in diesen Krieg. 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 Das Feuer kommt nicht bloß von der Fabrik. Nein, auch von rechts. Hinter dem brennenden Haus. Unser Angriff bleibt hier hängen. Ohne Artillerie. Darf mich Herrn Generaloberst daran erinnern, dass es 9.40 Uhr ist? Stimmt. General Kügler wartet. Zurück zum Oberkommando. Vorsicht! Versprengte Polen im Wald! Geh du, Herr Generaloberst! Begut! Linker Oberstchenkel, Herr Generaloberst. Zerspien dich ab. Lass es, Herr Ober. Jetzt ist bereits der Sarg des Generaloberst Werner von Fritsch zu sehen. Der vor vier Tagen, am 22. September, bei einem Stoßtruppunternehmen gegen die Warschauer Vorstadt Praga, an vorderster Front und der polnischen Kugeln zusammenbrach. Der Nachfolger des heldenhaft dahingegangenen, Generaloberst von Brauchitsch, wird Worte der Ehrung und des Gedenkens sprechen. Erschüttert und in tiefer Trauer steht das deutsche Heer an der Bahre des Mannes, der einer der besten war, die die preußisch-deutsche Armee je gekannt hat. Wann immer vom Siegeslauf des deutschen Heeres in Polen gesprochen werden mag, niemals wird man den Generaloberst Freiherr von Fritsch vergessen können, dessen gestaltender Geist in diesem Heer, in dieser Truppe lebte. In Ost und West sinken sich heute die sieggekrönten Fahnen und Standarten zu Ehren des großen, tapferen Soldaten. Und dann rauschen sie wieder hoch im Winde, neuem Ruhm entgegen. Übergräber, vorwärts, heißt die Parole dieses Tages. Hüter. Gegräber, vorwärts. Aber er ist nur noch ein kleiner Junge. Übergräber, vorwärts. Während die Heeresgruppe durch Holland und Belgien unaufhaltsam nach Frankreich stößt, schließt der gleichzeitige Panzerdurchbruch durch die Ardennen mit vollem Überraschungserfolg den deutschen Ring um die französischen Armee. Und die französischen Soldaten verwandeln sich in gefangenen Massen. Da hast du's. Wir haben die Franzosen gekämpft im Ersten Weltkrieg. Und jetzt vollkommen vernegert. Rassisch entartet. Das ist nicht furchtbar. Das ist schon vor Paris. Der Eiffelturm. Am 14. Juni marschieren die Spitzen unseres Heeres in Paris ein. Und auf dem Eiffelturm wird die Hakenkreuz-Fahne gehisst. Am 10. Mai begann der Krieg im Westen. Da wäre ich gestanden. Vor dem Triumphbogen. Nach knapp über einem Monat ist er zu Ende. Mit der Eroberung von Holland, Belgien und der Niederwerfung von Frankreich. Des Führers triumphale Rückkehr nach Berlin löst eine Begeisterung aus. Wie zuvor, gewiss noch kein Ereignis der deutschen Geschichte. Sieg ein, Sieg ein, Sieg ein! Hey! Hey! Kann man nicht raus? Noch nicht, noch nicht. Sieg ein! Hey! 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 Im Waffenschildstand 1918 haben die Sieger unsere Taubvergeheit nicht hervorgehoben. Ihr war ein Vornehmer. Sehr vornehmen. Diese furchtbaren Landstraße, vollgestopft mit Flüchtlingen, Mütter mit Kindern, alte Leute, Krüppel. Und drüber unsere Stugas, immer feste Truft. Das ist vornehmen. Aber diese 100.000 von sivilen Flüchtlingen folgten verrückten Räumungsbefehlen. Sie folgten der französischen Gräuelpropaganda. Ich komme da nicht mehr mit. Du bist nicht schlecht. Wie schaffst du es denn, dich so der Wahrheit zu verschließen? Was treiben denn Gestapo und SD jetzt? In Amsterdam, Brüssel und Paris. Entsetzen treiben die. Eva, wir sind dabei, ein Volk zu werden. Das große Volk. Was geht nicht immer ohne Entsetzen? Dass wir besonders bestialisch sein sollen, das glaube ich nicht. Das wird ja von den Schwarzhörern zugetragen, die die Lügen der Feind sind der Glauben. Und gegen die wir nicht brutal genug vorgehen. Bleib stehen. Bleib sofort stehen. Was ist denn los? Mir wird schlecht, wenn einer brutal in den Punkt kommt. Aber Eva! Eva! 23. November 1942. Stalin fasst nun seine Kräfte, weit überlegene Kräfte, wie es im Wehrmachtsbericht immer heißt, zur Winteroffensive zusammen. Mit der Einkesselung von Stalingrad hat er denkbar bedrohlich begonnen. In Tunesien, südwestlich Biserda, ist mein Sohn Henning durch einen britischen Tieffliegerangriff auf seinen Panzerverband getötet worden. Ende November 1944. Ende November 1944. Der Feind hat sich einen Brückenkopf auf altem deutschem Reichsboden erkämpft. Die Schlacht im Westen ist zu einem gewaltsamen Toben angewachsen. Der Brennpunkt der Kämpfe liegt bei Aachen. Erschweiler ist von uns aufgegeben worden. Warst du draußen? Ja, ein paar Nachbarn sind auch draußen. Ist auch nicht gerade gemütlicher. Lass uns rausgehen, ich kriege hier Platzangst. Seit eineinhalb Jahren gehen wir zurück und zurück. Was sind die Wunderwaffen? Die Ami sind schon in Aachen. Und der Ivan in Ostbrecen. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Man muss dankbar sein, dass man jetzt nicht im brennenden München sitzt. Und dann schämt man sich, dass man selbst in Sicherheit ist. Sie sind vorbeigezogen. Es ist auf einmal so still. Ja, Skistat. Wenn es nur wieder start wäre, auf der Welt. Jetzt gehen wir schlafen. Gute Nacht. 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 Hast du noch Schmerzen? Ich bin nur faul. Es könnte sein, dass wir getrennt werden. Trennung? Wieso Trennung? Das Kriegsverbrecher-Tribunal. Quatsch, du hattest doch gar nichts mit dem Krieg zu tun. Wenn der Internationale Militärgerichtshof meint, was da steht, kann man nicht denken, dass Sie den ersten und einzigen Reichskriegsminister des Dritten Reiches einfach übersehen. Ich stehe ja sicher ziemlich unten auf der Liste, aber ich stehe ja bestimmt darauf. Also wir müssen eines tun. Alles persönliche Material, was mich in Verbindung mit belasteten Personen bringt, das muss vernichtet werden. Ich fange sofort damit an. Wenn Sie mich holen. Wie soll ich das überstehen? Ohne dich. Ja, es könnte längere Zeit dauern. Und wenn ich wiederkomme, würde ich dich dann so finden wie jetzt. Unverändert. Die Frau, der ich sieben glückliche Jahre verdanke. Hast du nie verstanden? Du bist der einzige Mann, der wirklich gut zu mir war. Der mir Würde und Ehre gegeben hat. Ich war so ausgeliefert. So geschlagen. Jetzt kommst du noch selten wieder in Träumen. Aber es kommt noch wieder. Und dann warst du da. Und alles wurde ganz anders. Du bist der letzte Mann, den ich haben werde. Ich habe nie gedacht, dass das so enden wird. Ich habe nie gedacht, dass das so enden wird. Bild von Hitler und einer solchen Widmung. Doch, er brennt mein Leben... und solches Ende. Jetzt nur das Ende ist... Sie haben nicht mit meiner Frau gehört, Kapitän, darfst du Kapitän Graham vorstelle? Hi, Ma'am. Kapitän Graham ist aus Augsburg hergekommen. Wo die Amerikaner ein Interlocation Center eingerichtet haben im Zusammenhang mit dem internationalen Militärgerichtshof über Kriegsverbrechen. Ja, ich muss mit ihm. Bist du angeklackt? I am merely being asked to answer questions as a witness, correct? Absolutely, sir. Ich werde nur als Zeuge vernommen. Will you take him? Wie lange? Must I pack things? Toothbrush? Socks? Shaving? Wenn er nicht mehr Nacht bleiben muss, wird er mit allem gekämpft. Wenn ich über Nacht bleiben muss, werde ich mit allem versorgen, was ich brauche. Time's run out, ma'am. We've got to push off. Wir müssen jetzt gehen. Ja, dann soll er uns Götis alleine lassen. Ich brauch ihn nicht dabei, wenn ich mich von dir verabschieden muss. Would you mind leaving us alone for a moment? Okay. I'll be waiting outside. Ma'am. Das ist ja nur für kurze Zeit. Vielleicht bin ich heute zurück. Augsburg ist ja keine Entfernung. Leute, mit solchen Aufträgen lügen immer. Jetzt stehen wir da. Du wolltest so viel sagen, jetzt kann ich's nicht sagen. Nimmst mich mit? Was hier bleibt, bin ich nicht. Es ist nur etwas, was wartet. Es ist nur etwas, was hier bleibt. Ich küsse meine husband, nicht du, standen da. Okay, keep your shirt on, lady. Keep your shirt on. Damn you! Okay, but no title. Sie sind Bloomberg and nothing else. Diese schädliche Zelle. Schlips, Hosenträger, Schmirsättel sofort abgenommen. Sie sind Deutscher? Wer ist der? Sie sind deutsche Kriegsgefangene? Sarschendorffs ist Dolmetscher. Hier erfährt unser einer, dass auch für viele Hitlers Millionen von unschuldigen Zivilisten ermordet worden sind. Für die Siegermächte sind alle Deutschen Kriegsverbrecher. Dann bin ich in einer beneidenswerten Situation. Für diese deutschen Herren da draußen existiere ich nicht. Sie würdigen mich keines Worts, weil ich vor sieben Jahren die beste Frau geheiratet habe, aber nicht standesgemäß. Wenn so meine deutschen Landsleute sind, warum soll ich mich über die Amerikaner beklagen? Also, meine Herren, was wird von mir gewünscht? Wie ist medizinische Befinden? Mein Gemeinden, ein Zustand des Unwohlseins. Irgendwelche bestimmten Schmerzen? Nein. Wir werden sie im Lazarett untersuchen. Zähne in Ordnung? Zähne sind in Ordnung. Bye-bye, Feltmarschal. Waren Sie als Reichskriegsminister in näherem Kontakt mit Offizieren der Einstellung gegen Hitler in den Bekampel? Wenn Sie von der Generalität sprechen, meines Wissens gab es keine. Wer heute von einer Gegenwirtschaft bis 1938 oder 1939 spricht, ist ein Gedächtensatz, die verschoben. Ich habe ja hundertfällig gesehen, wie unsere Offiziere sich Hitler gegenüber verhalten haben. Von einer Gegnerschaft war bis 1938 nichts zu spüren. Bei General Wurst von Fritsch kein Gegner? Ja, sicher hatte er starke konservativ-kritische Vorbehalte gegen die Partei. Aber wir alle, die mir das Chaos der Weimarer Republik miterlebt hatten, konnten einen Führer nur bewundern, der einem Land, das durch den Versailler-Vertrag gedemütigt war, in so kurzer Zeit die ihm gebührende Weltgeltung wiedergegeben hat. Erinnern Sie sich an keinen Fall einer persönlichen Stellungnahme des Umarums von Fritsch, dem Hitler? Wie verhält er sich beim Röntgen? Ja, von Fritsch wandte sich scharf gegen die Exekution der SA-Führer und auch gegen die Erschießung von zwei Generalen, die Hitler ohne rechtliches Verfahren anbefohlen hatte. Mir aber erschien es als das Wichtigste, die Verdrängung des traditionellen Heeres durch eine revolutionäre SA-Volksmiliz zu verhindern. Was wäre für Deutschland und für die Welt weitaus gefährlicher geworden? Heute, 1945, weiß man, dass nichts für Deutschland und die Welt gefährlicher sein konnte als hier. Eigentlich ist es so. Aber damals hat die Mehrheit des deutschen Volkes es nicht so gesehen. Die Mehrzeit glaubte, dass Hitler und die nationalsozialistische Bewegung den Frieden wollten. Und Sie, haben Sie das auch geglaubt? Sie standen Hitler besonders nahe. Aber nicht der Partei. Für Nicht-Deutsche wird es ein Rätsel bleiben, wie die Deutschen an die friedlichen Absichten Hitlers glauben konnten. Hatten Sie Mein Kampf gelesen? Ja, aber steht nicht alles in einem Buch. Sie wussten, wie die Partei auf dem Weg zur Macht mit mörderischer Brutalität drohte und einmal in der Macht sofort mörderische Gewalt übte. Und Sie kannten Hitlers Natur. Erschienen die Ihnen maßvoll... Maßvoll, nein. Hitler konnte jedem Angst machen. Und doch glaubten Sie nicht, dass ein solcher Mann mit Ihnen als Reichskriegsminister nur so massiv aufrüstete, um Krieg zu führen? Sie glaubten nicht, dass seine von Drohungen triefenden Reden furchtbarer mörderischer Gans werden mussten und zu Massenverbrechen an Unschuldigen führen würden, die in der Weltgeschichte gelinde gesagt selten, wenn nicht einzigartig sind. Vor 1938 wusste ich, dass wir uns in einer revolutionären Situation befanden, wo Recht und Unrecht nicht auf der Apothekerwaage gewogen werden. Das war so in Russland von 1917 an, in Frankreich 1789, in England unter Kromwell. Von den Massenverbrechen während des Krieges in den eroberten Gebieten konnte ich nichts wissen. Ich lebte mit meiner Frau in einem Provinzwinkel, wie vollkommen isoliert. Solange ich im Amt war, habe ich immer mäßig hinzuwirken versucht. Ich wusste, dass Deutschland an den zweiten Zweifrontenkrieg nicht überleben würde. Erst als Hitler am 5. November 1937 uns seinen Entschluss zum Eroberungskrieg bekannt gab, da begann ich zu ahnen, dass sein Verhalten auf Massenversammlungen nicht bloß politisches Theater gewesen war, sondern Ausdruck einer maßlosen Natur, eines maßlosen Geistes. Damals habe ich protestiert und gewarnt, ebenso wie Herr von Fritsch. Und obwohl Sie Hitler endlich durchschaut hatten, waren Sie es, der Ihnen die Wehrmacht auslieferte. Stimmt das nicht? Nach meiner Entlassung, was ich Ihnen zum letzten Mal sah, hat er mich gefragt, wen ich als meinen Nachfolger vorschlagen würde. Und ich habe ihm damals geraten, den Posten des Kriegsministers unbesetzt zu lassen. Es würde er der Jure und der Faktor, die Wehrmacht, ganz in seinen Händen haben. Dass Sie keinen General vorschlugen, hatte persönliche Gründe? Ja, das gebe ich zu, ganz ohne Reue. Es war die Generalität, die Herren, die ich unten im Gang treffe und die mich keines Blickes würdigen. Dieselben verkalkten Herren, einzementiert in ihren Vorurteilen, die wegen meiner unstandesgemäßen Ehe meine Karriere zerstörten. Doch heute wüsste ich mit gutem Gewissen keinen, den ich zum Kriegsminister hätte vorschlagen können, jedenfalls keinen, der sich gegen Hitler durchgesetzt hätte. Ich selbst begriff erst 1942, Mitte 1942, als Hitler an der Ostfront drei Offensiven gleichzeitig vorantrieb, dass ich das Feldherrn Schwert einem Dilettanten in die Hände gedrückt hatte. Stalingrad war die Katastrophe des Dilettantismus. Auch wenn einer dieser verkalkten Herren Kriegsminister gewesen wäre, wäre es nicht anders gekommen. Was ich an Schuld trage... Tragen Sie keine? Bei all Ihrer Verantwortung? Was ist Schuld? Man glaubt zu schieben und man wird geschoben. Lässt sich Kriegsschuld je absolut fixieren? Geschichte geschieht. Machen sich alle Deutschen so leicht? Wenn Sie nicht die überwältigende, eindeutige deutsche Kriegsschuld sehen, dann ist es ein Vorteil, dass Sie nicht auf der Anklagebank sitzen. Vielleicht sparen Sie mich für die Anklagebank nur auf. Sie sind als Zeuge hier. Und Sie werden nun für den Militärgerichtshof zu Papier bringen, recht kurz, wie Sie Hitler sich selbst und Deutschland beurteilen. Waren Sie je in einer dieser Zellen? Da könnte ich nur auf dem Fußboden schreiben und obwohl ich den täglich kehre, ist das sehr schmutzig. Wir werden ihn an einen Tisch und an einen Stuhl hineinstellen lassen. Danke. Jahrelang hielten wir Hitler für den Mann des deutschen Schicksals im positiven Sinn. Aber Hitler hat Deutschland in den Abgrund geführt. Davon kann ihn niemand entlasten. Und die Generalität marschierte hinter ihm geschlossen in den Abgrund. Im Krieg verlor die Generalität mit Ihr Vertrauen zu ihm. Nicht zuletzt wegen der schmählichen Verbrechen, die im Osten in seinem Namen verübt wurden. Nicht zuletzt. Wie bewiesen denn diese Herren ihre siedliche Empörung? Ihr verlorenes Vertrauen? Nach Stalingrad? Nach Kursk? Da murten vielleicht welche. Sehr vorsichtig. Aber Sie ließen ihn doch gewähren. Sie folgten ihm dann noch ein Jahr und zehn Monate lang von Niederlage zu Niederlage zu Niederlage. Wer von diesen Herren versuchte denn diesem manischen Größenwahnsinnigen in den Arm zu fallen? Um das Vaterland zu retten? Das war nicht möglich. Aber war es nicht die Ehrenpflicht echter Vaterlandsliebe, es zu versuchen? Ob möglich oder nicht, wer von der Generalität versuchte es denn? Außer den Männern des 20. Juli. Was hielten Sie von denen? Für mich waren Sie Meuterer und Verräter. Eben. Darum war es nicht möglich. Haben Sie Kinder, Herr von Blomberg? Meine beiden Söhne sind gefallen. Das tut mir leid. Eure militärische Courage bewundert die Welt. Aber für Zivilcourage war Deutschland ein steiniger Boden. Vielleicht wird es einmal ein anderes Deutschland geben. Wird es je wieder ein Deutschland geben? und hier war es auch nichts zu sehen. Die Lunge ist in Ordnung. Röthrenologisch ist alles einwandfrei. Damit kann ich jetzt gehen. Sie fühlen sich nicht besser, nichts schlechter. Einfach diese Schlaffheit. Ein Gefühl des Unwohlseins. Aber wer fühlt sich wohl hier? Danke, meine Herren. Vielen Dank, Herr Baum. Hey, 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 hey! See that guy? He keeps stopping. Anything wrong? Do you want to go back to your cell? No, thank you. I'm OK. I'm OK. I'm OK. I'm OK. I'm alone. 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 I'm OK. I'm OK. I'm OK. Ich kann Gliedmaßen abschneiden, aber wenn einer Krebs hat und ich sehe ihn jeden Tag, bleibe ich ahnungslos. Es gab keine Anzeichen von Krebs damals. Sinnlos zu schneiden. Wenn es bereits auf die Knochen übergegangen ist, klar zu sehen schon. Hier, hier und auf die Leber. Da. Keine Hoffnung. Er hat eine Frau. Müsste herkommen. Er hat doch zwei Töchter aus erster Ehe. Seine Frau wird Sie wohl verständigen. Ich werde ihm die Wahrheit sagen. Einem Mann wie ihm muss man die Wahrheit sagen. Er schlägt die Augen nicht auf. Ist das jetzt das Koma? Puls kaum noch bei uns. Konnte man uns nicht früher rufen? Ging wir? Er wacht nicht mehr auf. Hörst du mich? Hörst du mich? Gib mir ein Zeichen. Er hört Sie nicht. Er hat mich gehört. Er lebt. Er ist da. Du lässt mich nicht allein. Ich wollte immer sehr alt werden. Was ist denn, Riki? Ist er tot? Er hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob er lebt oder tot ist. Kommt. Er ist tot. Er hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob er lebt oder... Kommt. Er hat mich gehört. Bitte. Ma'am, you have to go. Er ist tot. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Kommt. 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 Jetzt ist er tot, Herr Blomberg. Er hat auch den Hitler hochgejubelt. Wer nicht? Untertitelung des ZDF, 2020 Wer nicht? Wer nicht? Wer nicht? Wer nicht? Wer nicht? Wer nicht?